Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Mini Projekt. Ich habe vorhin etwas im Internet gestöbert und ein kleines Spiel gefunden, was ich euch gerne zeigen will. Wie ihr seht, es ist ein Super Nintendo Game. Und wenn ihr es ein bisschen besser wisst, könnt ihr schon sagen, was für eine Abart es ist. Aber ich zeig's euch einfach. The Munch Run Jeder, der weiß, es ist ein Super Mario Hack von Ersan. Denke ich mal jetzt. Steht zumindest da. Äh, ja. Ich habe das Spiel nur drei Screenshots gesehen und in etwa so sah das auch aus. Einfach bloß ganz viele Munchs. Ich werde sehen, was es bringt. Ähm, ich werde auch keinerlei Safestates benutzen. Ich habe das noch nie gespielt und werde keinerlei Safestates benutzen. Ähm, great. No, I took to the wrong pipe. I see Munchs. Everywhere. Oh, look. Oh, look. L-Question Box. Geil. Ja. Er hat die falsche Röhre betreten. Und da jetzt ist er in einer Welt voller Munchers. Und ein Fragezeichenblock. Was da wohl drin ist? The Muncher Island. Okay, damit ich nicht sinnlos Leben verliere, speichern wir. Ja. Äh. Ja. Äh. Ähm. Es gibt eine Muncher King. Es gibt von den Dingern einen König. Okay. Das war nichts. Speichern wir mal hier. Ähm. Oh, mein Gott. Äh. Ja. Entschuldigung. Ähm. Ich kriege den Stern nicht. Ist nicht wahr. Es kommt schon her. Renn, 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 renn. Oh, oh. Äh. 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 Das war's. Scheiße. Hm. Renn, 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 renn. Spring. Ja. Ein Stern. Mehr Munchers. Da kommen wir nicht rein. Stern. Stern. Ähm. Stern. 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 Wo willst du hin? Oh, nee. Wie soll ich das schaffen? Oh, mein Gott. Warum? Warum? Wie soll das gehen? No. Das kommt schon her. Stern. Renn, 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 renn. Ja. Oh je. Das wird knapp. Äh. Geschafft. Ähm. Hier runter. Oh, mein Gott. Wie soll ich das schaffen? Der springt nicht. Er springt einfach nicht. Ich seh's schon vor mir. Let's play Mini-Projekt mit fünf Videos. Ähm. Was mach ich? Wir wollen die Dinger nicht überspringen. Wir brauchen sie ja. Weil der hier ist ein bisschen knapp bemessen. Renn, 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 renn. Es hat geklappt. Oh nein. Nein. Jetzt. Nein. Oh. Ja. Duck dich. Renn. Ja. Und rauf. Und. Hol den Stern. Ja. Du sollst da hochspringen. Okay. So wird das nichts. Da muss man schon perfekt durch. Das ist, wie gesagt, auch kein normaler Hack. Aber ist mal was anderes gegenüber anderen Hacks. Ich will nur einen Stern nach dem anderen zusammen. Was waren das? Mini-Pipes? Sprang der Stern höher als ich. Renn, 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 renn. Ähm. Naja. Ich bin nicht gut. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt bestimmt schon weitergekommen. Oh mein Gott. Wie schlecht ich doch bin. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Du musst einfach perfekt durchkommen. Ähm. Ja. Jetzt renn doch. Oh, Gewitter. Nein. So wird das nichts. Okay. Ohne Stern wird das auch so nichts. Ey. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin so ein Noob. Im Gegensatz zu anderen, die ich kenne, bin ich wirklich ein Noob. Auch wenn die anderen das immer sagen. Dass sie selber Noobs sind. Ja. Ich bin wirklich einer. Äh. Wie man sieht, bin ich wirklich ein Noob. Ähm. Siehste. Nicht mal sowas kann ich. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Ja. Ja. Runter, runter, runter. Oh, der war knapp. Also, der Abstand ist ziemlich kurz. Oh nein. Oh nein. Ich hätte es doch beinahe geschafft. Und dran. Ja. Ähm. Renn doch. Renn doch. Und rüber. Und ran, 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 ran. Weg, 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 weg. Schön. Ja, wenigstens klappt das. Okay. Das ist ja auch nicht weiter schwer. Äh. Das wird nichts mehr. Äh. Ich sterbe am ersten Munch. Ist nicht wahr, oder? Ja, okay. Den Block kannst du ruhig nehmen. Ich sehe gerade mal, wir brauchen... Wir haben keine Zeitbegrenzung. Das heißt, wir könnten 27 Minuten am Start stehen. Und hätten immer noch alle Zeit der Welt. Oh, ich habe es gewusst. Das habe ich auch gewusst. Das habe ich sowieso gewusst. Und das jetzt auch. Äh. Okay. Das war jetzt ein bisschen anders als geplant. Ähm. Nicht, dass ich meine Tode plane. Das wäre Schwachsinn. Renn, renn, renn. Spring. Und drüber. Und rauf. Und rauf. Und drüber. Und drunter. Und spring. 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 Und ran, 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 ran. Gleichzeitig zu Ende. Gleichzeitig zu Ende. Stern eingesammelt. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Stern. Gesammelt. Jetzt endlich auf die andere Pipe. Jetzt fehlt mir die Zeit hier, weil ich das nicht schaffe. Ach mein Gott. Äh. Äh. Ah.